Warum könntest du eventuell nicht genug Kunden haben? Wenn du selbstständig bist oder wenn du angestellt bist in deiner Firma, warum hat deine Firma eventuell nicht genug Kunden? Dann ist das immer nur eine ganz kurze Antwort. Und hier ist sie. Wenn wir nicht genug Kunden haben, ist unsere Positionierung nicht gut genug. Wenn deine Positionierung gut ist, hast du immer Kunden. Ich könnte nicht so viel Zeit haben, um überall da zu reden, wo ich reden könnte, aufgrund der Positionierung, die ich habe. Und das muss man ganz deutlich sagen. Das klingt so gewaltig, Hall of Fame und irgend so etwas. Aber ich weiß tief in mir, ich bin kein Genie. Ich habe ein paar Talente. Die habe ich zu Fähigkeiten ausgebaut. Und ich habe mich positioniert. Das ist alles. Ich bin kein Genie. Ich habe aber ein ziemlich hohes siebenstelliges Einkommen im Jahr. Wir wohnen im Winter in Florida am Wasser. Wir haben ein Haus am See. Ich arbeite vier Stunden am Tag. Ich habe 18 Millionen Bücher verkauft. Ein Musical in Korea wurde gespielt vor 700.000 Kindern über ein Buch von mir. Also ich bin schon genial. Und das ist ein großer Unterschied. Ich bin kein Genie. Aber wenn wir unsere Fähigkeit nehmen, die jeder von uns hat, jeder von euch hat Fähigkeiten. Jeder. Und wenn ihr die nehmt, euch darauf fokussiert. Wir schauen das gleich erstmal in der Theorie an, bevor wir dann in die praktischen Schritte gehen. Und dich positionierst, wirst du genial. Jeder. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung. Da gibt es immer Menschen, die sagen, das kannst du doch nicht behaupten. Hast du den mal gesehen? Der kann doch nicht genial werden. Das finde ich eine Unverschämtheit. Über einen Menschen den Stab zu brechen und zu sagen, der nicht. Das regt mich auf. Es ist meine Mission zu sagen, jeder hat etwas in sich. Und mit Positionierung kann er damit ein viel, viel besseres Leben haben.